Viele, viele Menschen auf der Welt leiden an Hunger, fliehen vom Folter, unmenschlichen Regimen, politische Unterdrückung. Und sie landen hier, im Land, wo das Geld aus dieser Unterdrückung an die Reichen geht und wo deutsche Waffen, Deutschland als drittgrößten Waffenexporteur der Welt, genau diese Kriege und genau dieses Elend verursachen. Deswegen wissen wir genau, warum wir hier sind. Und ich wollte ein Beispiel bringen. Ich durfte in der Schule, weil die Klassen voll waren, kein Französisch lernen. Meine drei Frauen Französisch kann ich von Demonstrationen. Deswegen will ich jetzt von euch gerne nochmal gesungen hören. Oh la la, oh le le, 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 viele Stimmen gemeinsam sind immer schöner als eine. Meine ist ein bisschen heiser, ich war die meisten seit beim Jugendblog vorne. Ich wollte drei Songs in einem Freestyle bringen und ich brauche eigentlich immer so das Gefühl, noch auf der Demo zu sein und gemeinsam laut zu sein. Der erste Song wird schon oft von diesem Laute gespielt, der ist Fluchtursachen, weil es ziemlich blöd ist, dass es manchmal haben wir Verbündete unter Leuten, die sagen, ich finde das halt ein bisschen ungerecht und das ist halt so ein bisschen menschlich nicht schön, dass Leute fliehen müssen und deswegen bin ich auf Demonstrationen. Aber was bringt Leute dazu zu fliehen? Und der erste Song, den ich spielen möchte, heißt Fluchtursachen, ihr könnt den jetzt schon abfahren. Ich glaube, er spricht für sich. Untergrund wie von Uran oder Erd oder Panzer verkauft, Partner, Militär, Stichatur oder Wahl, euch doch egal, denn eure Moral wird in Euro bezahlt. Mit euren Marienbessen, ich werde gut aussehen, kommt die Bundeswehr oder die EU-Armee. Escher kauft man Maschinen, es verkauft man Kamil und den Wende kann man noch am Wiederaufbau verdienen. Free, moving is everybody's right, bleibe recht für alle, überall, jederzeit. Free, moving is everybody's right, bleibe recht für alle, überall, jederzeit. Free, moving is everybody's right, bleibe recht für alle, überall, jederzeit. Free, moving is everybody's right, bleibe recht für alle, überall, jederzeit. Wenn diese Politik kein weiß Flüchtlinge schafft, ist es da, dass Europa seine Küste bewahrt. Es ist trotz alledem noch jemand in der Mannschaft, seit er oder sie auf der Kupin weite Mannschaft. BGS oder Zoll machen die Staaten Kontrollen, Gefahr für Volk sind nur Schwach, Brot und Gold. Dieser Staat will Erfolg und Profite hier sichern, das ist deswegen keine kritische Schichter. Selbst wenn du legal einen Aufenthalt hast, ist es, worauf es hinaus ist, braucht wegen der Staat. Wenn er aber nicht mal arbeiten darf, weiß der Staat, du kannst hier rein gar nichts bezahlen. Und du weißt, wenn du die falsche Kabe hast, stehst du Kabelhaft und der Dealer gerne reinverdacht, holst ja eine Strafe ab, sein Präsident, kein Mensch ist illegal, jederzeit. Wolf, ihr seht gut aus. Ja, leider lassen sich ja so gewohnte Altpolitiker wie Olaf Scholz nicht von so ein, zwei dahergelaufenen Protesten beeindrucken. Da reden die nicht mal mit uns. Das heißt, die werden weiter zu tausend auf die Straße gehen. Die werden weiter sagen, die wollen nicht nochmal in die Schule und zu unserer Arbeit gehen, wenn die diese mörderische Politik weitermachen. Ich möchte einen Song spielen, den habe ich geschrieben zum Pöbel. Und ich habe diesen Song Deutschland gewidmet und er heißt Halt Dein Maul. Und er ist, wie gesagt, dazu da, stellt euch einfach, wenn ihr gleich in der Hup, wenn ihr Bock habt mitzupöbeln, Halt Dein Maul ruft vor, dass Olaf Scholz dreht, in dem er vor eurer Nase steht. Die Lautstärke will ich hören. Der zweite Song heißt Halt Dein Maul. Holger, neben mir steht Big Ice. Er macht gleich noch einen schönen Freestyle mit mir zusammen. Kriegen wir hin. Und mögt ihr alle noch so zwei Schritte nach vorne machen? Ich komme hier so weit weg von euch vor. Auch ihr Leute der Hälfte kommen nach vorne. Zusammen sind wir stark. Together we are strong. Together we are strong. Ich hab den Staat hier und auch meinen Stunden los. Einzige Farbe meiner Pfanne ist ein dunkles Rot. Die WRD stinkt aus dem Mond wie ein Hundekno. Das kann dir jeder unterschreiben, der im Hundeswohn. Sonst scheint sinkt uns dies los. Rufe macht Interessen desinformiert. Und wir sollen den Schwachsinn anzuresten. Es geht um Menschenrechte, nein, wir sind nicht im Krieg. Nur ein paar linke Cent schüren ist der Riech. Wir exportieren Demokratie via Leopard 2. Wo gehobelt wird, werden halt auch Späne verteilt. Das sieht jedermann ein. Alter, haltet die Fresse. Jetzt jeden zweiten Tag gegen Gewalt in der Presse. Wenn sich Jugendliche, die keine Zukunft hier kriegen. Wegen Scheiß, 50 Cent in der O-Bahn verprügeln. Aber Gutenbergs Lügen steht Seite 1.